Wie hast du eigentlich deine Freundin kennengelernt? Bro, richtig low einfach. Die Story ist im Grunde, dass ich damals, also nicht beim letzten Superbowl, sondern beim vorletzten Superbowl, hab ich gestreamt, wie ich den Superbowl gucke quasi. Und jeder hat das halt zu Hause selber angemacht, ne? Also so eine Art Watchparty. Und ich hab währenddessen mir eine Pfeife angemacht und hab die Pfeife, die Pfeife hat mein Leben verändert, glaube ich. Ich hab die Shisha mit meinen Füßen gehalten. Also ich hab so auf dem Stuhl gesetzt, so. Und hab so, hier war die Pfeife, und so hab ich gesmoked, während ich Superbowl geguckt hab, okay? Und meine Freundin hat mir, da waren wir jetzt noch nicht zusammen, hat mir ein Bild davon geschickt bei Insta.dm und meinte so, du lebst das Leben oder irgendwie sowas. Ja, dann hab ich eventuell, also durch Zufall bin ich dann auf ihr Insta-Profil gelangt. Ah, du no, wie das passiert ist. Ja, also naja, und dann hab ich gesehen, dass es halt eventuell eine blonde Frau ist mit, ähm, naja, also, naja, und dann haben wir halt, also, dann haben wir halt, also, dann hab ich halt, also, naja, und dann halt, naja, ey, wir haben eine neue Quest hier.